WC Basketball, die Neuen können noch nicht alle Systeme können, aber sie haben individuelle Fähigkeiten, wie wir hier mal direkt sehen, von Sean Mosley. Gut aufgepasst und das ist die beste Möglichkeit, die sie immer noch haben. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Das war mal eine schöne Auffolge, verliert den Ball, 3 gegen 2, das sind Sachen, die muss man nutzen, die gibt es ganz selten. Rückwärtsbewegung, und das sind natürlich Sachen, die sieht man ganz, ganz selten, im Ballvortrag zu fahrlässig. Ich könnte wetten, entweder Mosley oder Sean. Mosley! Mosley! Meine Güte, der Mann hat Eier und Stahl, das gibt es ja gar nicht. Mit dem Dreier in your face in so einer Situation. An geht dann in die Mitteldistanz, Sean Mosley mit dem Mitteldistanz-Treffer. Hatte keinen guten Tag in der Offensie. Wichtiger Treffer. Aus dem macht sich frei, Mosley ist frei in der Dreierlinie, Sean Mosley. Sean Mosley mit dem Dreier! Meine Herren! Ich will meinen Spruch von damals nicht wiederholen, aber... Ich will meinen Spruch von damals nicht wiederholen, sondern wir können damit auch nicht zu sein. Es geht mir gar nicht mit dem Dreierlinie, was ich weiß. Was ist das Schufe von damals, am UseGer-Ray und Schufe, dann würde mich sehr gut sein! Wichtiger Treffer. Auf dem Erfolg! Wir sehen uns, dass wir zu diesem Dutzungsfunkum herücken. Fokus, der Kasten von damals nicht über�ogel, war schlugelang im Stahl, der Kasten mit dem Kasten,